Ja, das kann man wirklich nicht mehr anders nennen. Das ist eine Regierung, die ganz klar nicht mehr handlungsfähig ist. Und diese chaotischen Szenen gestern Nacht hier, die haben das auch dem Letzten klar gemacht, dass Liz Truss einfach die Lage und ihre Partei nicht mehr im Griff hat. Es kam zu Handgreiflichkeiten in der Lobby, da wo abgestimmt wird. Regierungsmitglieder sollen andere Tory MPs, also Abgeordnete, physisch in die richtige Box gezogen haben. Dann hieß es plötzlich, es gebe doch keinen Fraktionszwang, obwohl das vorher angekündigt worden war. Und woraufhin dann der stellvertretende Fraktionschef das Parlament mit den Worten verließ I'm fucking furious and I don't fucking care anymore. Ich übersetze das jetzt mal nicht, aber das ist eine Partei, wo wirklich jede Disziplin zusammengebrochen ist.